Hallo Freunde, willkommen zurück. Ja, glücklicherweise ist das Spiel doch noch gezählt worden, obwohl ich komischerweise aus dem PSN geflogen bin. Warum auch immer. Damit haben wir also 9 Punkte. Und, ja, ich weiß gar nicht. Soll ich mit dem Team nochmal spielen? Ich guck mal die Fitness. Die ist schon nicht ganz optimal. Aber ich denke, eins kriegen wir damit noch hin. Ich habe mit meinem Bundesliga-Team irgendwie das Gefühl, dass ich schlechter spiele als mit diesem Team. Warum auch immer. Darum spiele ich einfach nochmal eins mit dem hier. So, was ist denn hier der Gegner? Okay, Latenz ist schon mal gut. Was hast du? Dann spielen wir so, oder was? Von mir aus. Okay. Okay, das Team kommt. Und es ist gar nicht so blöd. Aber nur eine 82er Chemie. Achso, er hat da vorne einen Italiener drin. Und, ähm, also einen von Napoli und einen von Manchester City. Ach, da hat er noch einen Dortmunder drin. Ansonsten alles BBVA. Okay. Das sich so günstig macht. Wenn Mittelfeld und Sturm sich nicht verstehen, werden wir heute rausfinden. Er hat den Anstoß. Und es leckt. Das fängt ja schon mal toll an. Habe ich eigentlich nicht so richtig Bock drauf. Aber jetzt scheint es sich doch zu geben. No, er spielt gar nicht so beschissen. Aber trotzdem nehme ich ihm nochmal einen Ball ab hier. Und. Gommes. Ach, Gommes. Kann sich leider nicht durchsetzen. Okay, jetzt der Pass. Flanke. Kommt nicht an. Was war das denn? Hat er ihn umgesammelt? Jetzt aber die Chance. Oh. Da hat es aber vibriert im Gebirge. Scheiße. Und dann noch drüber gezogen. Erste große Chance. Er hat sich sogar getraut, einen kurzen Abstoß zu machen. Oder wahrscheinlich war es auch Unwissenheit. Manchmal passiert das ja. Dass man einfach mal blöd eine Taste drückt. So. Torwart hat das Ding geschnappt. Und. Balotelli. Kriegt das Ding. Kommt aber doch nicht durch. Und es gibt Einwurf. Okay. Einwurf, Einwurf. Scheiße. Hier steht ja kein Schwein. Wo soll ich ihn hinwerfen? Na ja, dann werfe ich mal da hin. Und. Der Pass war gut. Aber. Trotzdem war er noch verloren. Mann. Das ist ja hier ein großes Umgeeier im Strafraum. Oh. Jetzt. Komm. Schieß. Und. Scheiße. Zu ungenau. Da ging er vorbei. Und der macht wieder einen kurzen. Und ich komme nicht ran. Das gibt es doch gar nicht. Okay. Das nächste Mal muss ich nochmal extrem nach vorne gehen. Und. Nee, ne. Hat er sich verletzt? Ist auf jeden Fall umgekippt. Oh. Nein, ey. Das sind viele Nummer hier. Das war aber auch riskant. Na. Kommt da der Pass? Oh. Nach oben. Okay. Ja. Leider über die Kiste drüber, Kollege. 0 zu 0 bleibt es. Na. Das war ja eine schöne Vorlage für ihn. Das ist nicht euer Ernst hier, oder? Abgefangen das Teil. Oh. Nee, ne. Ach. Leck. Und ich drücke zweimal die Taste und. Naja. Weg war der Pass. Okay. Hat er mit mir zurückgegeben, freundlicherweise. Ah. Der Steilpass kam nicht an. Hat er nämlich ganz alleine vom Torwart gestanden. Ach. Das ist doch wieder zu. Da kommen aber viele, viele, viele Pässe von dem Kollegen. Ah. Jetzt aber. Komm. Schieß. Na ja. Voll auf den Torwart. Willst du denn da erwarten? Wird doch schwieriger als gedacht hier scheinbar. Oh, jetzt komm. Da steht ganz frei der Balotelli. Na ja. Ein Eckball immerhin. Hat er ihn noch abgeblockt in Schuss. Gucken, ob er den Torwart rausholt. Nee, noch nicht. Ach. Komm. Der war ja beschissen. Immerhin zum Kopfball gekommen. Ey. Jetzt komm. Das gibt's doch gar nicht. So schnell kann ich den Spieler gar nicht wechseln. Okay. Freistoß. Ah. Da lag ich gar nicht schlecht, dass er dahin passt. Konnte trotzdem den Weg nicht abschneiden. Okay. Okay. Da kommt der Pass zum Balotelli. Und es leckt und leckt und leckt. Und es läuft keiner mit. Und alles blöd. Ach komm ey. Das macht ja nur beschränkt Spaß. Oh. Und abgeblockt im letzten Moment. Das ist ja eine Schlacht hier. Mann. Die Leckschlacht. Oh. Ah. Da kommt doch noch ein Pass, oder? Schießt er drauf? Nein, er schießt drauf. Ach komm. Das ist doch nicht dein Ernst. Der würde ihn ins Tor tragen, oder was? So. Flanke. Schaffen wir nicht. Schade. Oh. Was macht der da? Warum kann ich die Fehler nicht ausnutzen? Hm. Das war ja immer schön hier ein Sprung im Spiel. Ach komm ey. Das sollte eigentlich ein Pass nach vorne werden. Okay. Einwurf. Das wird wohl 0 zu 0 werden zur Halbzeit. Wie ich das so sehe. Wie ich das so sehe. Ja. Was wird das? Schön gemacht hier, Kumpel. Jetzt lauf. Scheiße. Komm. Es ist zu langsam. Ach. Hätte ich fast noch eine rote Karte kassiert. Alter wahrscheinlich. Oh. Was ist denn hier los? Und. Aus der zweiten Reihe. Knapp vorbei das Ding. Es lauft. Ja. Na endlich mal ey. Das gibt es doch gar nicht. Und zieh drauf das Ding. Und der kriegt den noch. Nein. 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 Mann. Wie viele Schüsse müssen wir hier noch machen. Dass wir endlich mal ein Tor kriegen. Das gibt es doch gar nicht. Oh. Noch eine Chance. Ach. Schade. Vor der Halbzeit. Große Chancengewitter. Und. Gommes. Nochmal. Kriegt das Ding nicht unter Kontrolle. Ja. Kriegt er ihn doch noch rausgespielt. Und jetzt müsste auch gleich der Halbzeitpfiff kommen. Kommt aber nicht komischerweise. Ja. Kriegen wir noch einen Angriff hin? Ne. Schade. Halbzeit. So. Halbzeit. Halbzeit. Tausende von Schüssen. Leider kriegen wir das Ding nicht. Unter Kontrolle. Das Ding ist so am Längen. Das macht keinen Bock, ne? Und ein Wurf. Ein Wurf, ein Wurf. Haben wir mal in so einer Euphorie ein bisschen gestoppt. Ach. Komm aber nicht durch hier. Ja. Ach komm. Ach. Schade. Na. Kriegt er ihn? Ne. War aber dicht dran. Ja. Schön auf dem Torwart. So. Jetzt komm. Weiten Abwurf. Und ein Steilpästchen. Kommen wir nicht hier rein, ne? Ach. Ich schlag hier gleich alles kaputt. So. Ein Ball nochmal verloren da. Oh. Nein. Das gibt's doch nicht. Vom Pfosten ins Tor rein. Ja. Viel mehr Glück kann man gar nicht haben. Was willst du machen? 1-0 hinten. Ich kann nicht mal das Ding wegklicken, ne? So. Komm. Eins machen wir. Ich hab doch schon längst gedrückt. Was willst du denn da machen? Oh. Ein Fernschuss. Oh. Komm. Mach das Ding rein. Ich werde bekloppt als 1 zu 1. 1 zu 1 mit, äh, ja, einem etwas glücklichen Tor, sag ich mal. Aber ich denke, es ist auch soweit verdient. Ich meine, sein Tor war ja auch ein bisschen Glück. Hatte zwar ein bisschen mehr mit können zu tun als meins, aber naja. Ich denke, es passt schon 1 zu 1. So, jetzt müsste mal einer laufen. Waren sie zu langsam hier, die Kollegen. Okay, was? Oh. Ganz bitter. Kurz vor Abstoß kommt das Ding hier ins Aus. Ja. Das war ein schöner scheiß Fehlpass. Dumme Sau. Ich. Ey. Schon wieder Pfosten und rein. Das gibt's noch nicht. Oh, Freunde. Was ist das für ein verrücktes Spiel hier? Das war natürlich auch ein krasser Fehler von mir. Okay, wollen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ach, was war das denn für ein Pass, Kollege? Du sollst hier noch ganz woanders hin spielen. Oh, oh. Hingefallen. Abgeblockt. Leck. Scheiß Spiel. Oh, oh, oh. Da kommt er ganz frei zum Schuss. Und der Torwart ist auf dem Posten. Na, da kommt der Ballotelli durch. Lässt sich aber doch noch den Ball abnehmen auf dem letzten Meter. War das Abseits? Naja. War's wohl. Was war denn das hier? Oh, nein, ey. Ich krieg den Ball wieder nicht rein. Komm. Ah. Na, war's ne Ecke? Ja, es war ne Ecke. Ja, du musst auch schon zum Kopfball gehen. Schade. Na, da muss ich mal zwischen gehen hier. Geht doch nicht. Ey, das ist ein Geeier hier. Das gibt's doch gar nicht. Das Spiel nach vorne. Muss aber auch einer mitlaufen. Schade, ist keiner mitgelaufen. Oh, er hat da aber schön den Ball abgenommen. Und Melken. Oh, komm, Flanke. Nein, nein, nein. Der Informer. War doch nicht so in Form. Aber hat sich schön durchgesetzt eigentlich. So, Ballotelli jetzt. Legt drüber. Und schießt. Alter, schießt. Das geht. Ich krieg die Krise. Okay. Es gibt Abstoß, Freunde. Und, ähm. Es wird so eine ganz enge Kiste hier. Komm, es. Kommt zur Flanke. Aber kein Kopfball. Schöner Haken-Trick. Leider doch noch ne Ball verloren. Oh. Oh, 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 oh. Was war das denn für für ein Turbienkopfball? Ah, da steht keiner. Schön gesehen. Dass der frei war. Ach, am Mauern bin ich ja auch. Ganz klasse. Muss laufen, Freundchen. Ach nee, jetzt hat er den Pass wieder nicht hingekriegt. Okay, kurz vor Schluss. Das war natürlich auch wirklich ein verrücktes Spiel. Am Anfang hat es geleckt wie Sau. Dann gab es Glückstore. Na ja. Er macht zwei Pfostenschüsse. Was war das? Ich denke, ein 2 zu 2 wäre schon gerecht. Aber das werden wir schwierig hinbekommen. Na ja, das war nicht so schön. Ach ja, Freunde. 2 zu 1 geht's aus. Bisschen Glück ist ja immer dabei beim Fußball. Heute haben wir Pech gehabt. Aber wir haben ja noch einige Spiele, um hier den Aufstieg zu sichern. 2 zu 1. Bin ich mal auf die Statistik gespannt. Naja, ich wollte mir die Wiederholung jetzt ungern angucken. Badotelli, unser bester Mann bei ihm. Turan, der beste Mann. 2 zu 1. Und die Statistik sagt aus, wir hätten das Ding eigentlich schaukeln müssen. Tja, Freunde. Damit sage ich Tschüss und bis bald. Macht's gut. Und die Statistik sagt aus,